Hallo, heute sprechen wir über das Messe-Syndrom. Klingt sehr spannend, hat leider mit dem Fußball nichts zu tun. Allein in Deutschland sind ca. 2,5 Millionen Menschen vom Messe-Syndrom betroffen und es werden immer mehr und mehr sein. Das Messe-Syndrom hat keine eigenständige Diagnose. In der Auflistung der Krankheiten ICD-10 ist das Messe-Syndrom im Punkt 48.8 unter neurotischen Krankheiten untergebracht. Was ist das Messe-Syndrom und ab wann können wir darüber sprechen? Wenn dich dieses Thema oder ähnliche Themen interessieren, dann besuche meine Website linarosmeier-coach.com. Ich bin ein zertifizierter NLP-Master, NLP-Trainer, ein zertifizierter Live- und Team-Performance-Coach. Durch meine Coach-Sitzungen, durch meine Trainingseinheiten online oder persönlich kann ich dich in allen Aspekten deines Lebens unterstützen. Ich kann dich in deinem Berufsleben unterstützen, deine Ziele richtig zu setzen, deinen Erfolg zu modellieren. Ich kann dich in deinem Privatleben unterstützen, deine Traumfrau kennenzulernen, auf Frauen interessant und attraktiv zu wirken. Was ist das Messe-Syndrom? Ganz einfach, das ist das Sammeln und Horten von verschiedenen Gegenständen. Wo sammeln die Betroffenen diese Gegenstände? Eigentlich überall. Die Gegenstände werden überall gesammelt, aber gehortet werden sie entweder zu Hause in eigener Wohnung oder an ihrem Arbeitsplatz. In meinen jungen Jahren hatte ich in einer Firma gearbeitet und bei uns in der Exportabteilung hatten wir einen Kollegen, er hatte sicher dieses Messe-Syndrom. Damals haben wir aber noch vom Messe-Syndrom nichts gehört. Und dieser Kollege hat alles, alles gesammelt. Alte Bleistifte, alte Kugelschreiber, kaputte Rechner, kaputte Lampen, irgendwelche Büromappen, gebrauchte Büroordner, Bücher, Zeitschriften, alles Mögliche. Und diese Gegenstände hat er bei sich auf seinem Schreibtisch gehortet. Das war so ein Riesenberg von Gegenständen bei ihm. Und wenn der Kollege an seinem Tisch gesessen ist, haben wir den Kollegen nicht gesehen. So groß war dieser Berg. Du hast sicher auch einige Wohnungen besucht, wo du vor Eingang stehen geblieben bist und dachtest, oh mein Gott, ich gehe gar nicht rein. Erstens stinkt es höllisch aus der Wohnung. Zweitens kann ich physisch nicht reingehen, denn die Wohnung ist zugemüllt mit verschiedensten Gegenständen. Überall liegen alte Zeitungen, Zeitschriften, Kleidung, Schuhe, gebrauchte Küchenware, Geschirr, alles, irgendwelche Lampen. Du kannst nicht reingehen. Hattest du schon so ein Erlebnis in deinem Leben? Was hier noch wichtig ist, das Messy-Syndrom von einer einfachen Unordnung zu unterscheiden. Eine Unordnung, das heißt, die Gegenstände sind einfach nicht geordnet. Sie liegen irgendwie. Beim Messy-Syndrom, da ist wirklich, die Gegenstände werden gesammelt und gebunkert für alle Fälle. Ich habe heute diesen Knopf auf der Straße gefunden. Ich werde ihn zu Hause aufbewahren. Vielleicht kaufe ich mir Kleidung mit ähnlichen Knöpfen und dann wird dieser Knopf zum Ersatzknopf für meine Kleidung. Vom Messy-Syndrom sind vor allem ältere Menschen ab 55 Jahren betroffen. Das Messy-Syndrom bitte nicht mit Kollektionieren verwechseln. Wenn du etwas kollektionierst, zum Beispiel Briefmarken, dann sammelst du nur diese Briefmarken, nur bestimmte Gegenstände. Beim Messy-Syndrom sammelst du alles Mögliche durcheinander. Und wenn du zum Beispiel Briefmarken kollektionierst, dann sind sie bei dir angeordnet. Du hast ein Album. Und auf der Seite 1 sind Briefmarken aus dem Jahr 1982. Auf der Seite 2 zum Beispiel die Briefmarken aus dem Jahr 1983. Und so weiter. Alles ist geordnet. Beim Messy-Syndrom ist nichts geordnet. Erstens und zweitens, die Betroffenen von diesem Messy-Syndrom sind von der Notwendigkeit dieser Gegenstände, die sie sammeln, überzeugt. Sie denken, dass sie diese Gegenstände irgendwann unbedingt brauchen werden. Vor kurzem habe ich eine Bekannte besucht. Sie hat dieses Messy-Syndrom. Und als ich in diese Wohnung reingekommen bin, bin ich über 10 oder 12 leere Pralinen-Schachtel gestolpert. Dann habe ich sie gefragt, okay, wozu brauchst du so viele Pralinen-Schachtel? Sie hat mir ganz logisch geantwortet. Weißt du, Lina, das sind ganz teure Schachtel. Irgendwann werde ich billige Pralinen kaufen, in diese Schachtel reingeben und diese Schachtel mit Pralinen werde ich zu meinen Verwandten in die Ukraine schicken. Somit spare ich viel Geld für teure Geschenke. Es klingt logisch. Und die Betroffenen vom Messy-Syndrom, sie haben immer plausible Erklärungen darauf, wozu sie diese Gegenstände brauchen werden irgendwann. Wenn du sie fragst zum Beispiel, ja, wozu hast du diese Schuhe? Die sind nicht mehr modern. Die sind irgendwie schon alt. Sie muffeln schon. Bekommst du sofort eine Erklärung. Ja, weißt du, erstens ist es eine gute Qualität. Zweitens sind es Gucci-Schuhe. Gucci. Okay, sie sind ein bisschen altmodisch. Aber die Mode kommt ja zurück alle 10, 15 Jahre. Irgendwann werden sie wieder im Trend sein und ich werde sie tragen. Sie erklären alles, wozu sie das brauchen. Und plausibel. Du denkst wahrscheinlich dann, okay, klingt ja irgendwie vernünftig. Die Betroffenen vom Messy-Syndrom, auch dann, wenn sie zugeben, dass sie dieses Syndrom haben und wenn sie dich um Hilfe bitten würden, kannst du bitte mir helfen, meine Wohnung auszuräumen und du hilfst diesen Menschen. Das habe ich auch in meinem Leben erlebt. Ich helfe diesen Menschen. Ich schmeiße verschiedenste Gegenstände weg. Ich räume die Wohnung aus. Ein paar Monate später sieht die Wohnung genauso aus wie vorher. Denn die alten Gegenstände sind ja weg, aber die Krankheit ist ja da geblieben und der Betroffene sammelt verschiedenste Gegenstände weiter und hortet sie weiter in der Wohnung. Es ist nicht sehr lustig eigentlich und die Betroffenen selbst, sie leiden darunter. Wozu führt es meistens? Das führt zu bestimmten Schamgefühlen, natürlich. Sie schämen sich dafür, dass sie so viele Gegenstände, irgendwelche Objekte zu Hause haben, dass es so stinkt zu Hause. Sie schämen sich dafür, dass ihr Parkplatz vollgemüllt ist. Sie schämen sich dafür, dass ihr Keller vollgestoppt mit irgendwelchen alten Sachen ist. und das führt zum Selbstzweifel irgendwann. Und Selbstzweifel führt zu der sozialen Isolation. Der Betroffene kann ja niemanden zu sich nach Hause einladen. Er kann ja niemanden sein Auto zeigen, weil dort liegen ja überall alte Zeitungen, Bücher oder altes Geschirr. Er schämt sich dafür und er isoliert sich von anderen Menschen. Woher kommt das? Woher kommt das Messe-Syndrom? Das Messe-Syndrom ist noch nicht richtig wissenschaftlich untersucht. Und viele Psychologen streiten darüber, woher das kommt. Die meisten einigen sich darauf, dass das Messe-Syndrom aus tief liegenden Ängsten kommt. Wovor haben die Betroffenen Ängste? Die meisten haben Ängste vor einem Verlust. Er hat schon viele Verluste in seinem Leben erlebt. Und damit diese Verluste nicht mehr so wehtun, damit sie ihn nicht mehr so hart treffen, bunkert er verschiedenste Gegenstände zu Hause. Die Betroffenen vom Messe-Syndrom, sie können auch keine Entscheidungen treffen. Sie können sich für Kleinigkeiten nicht entscheiden. Warum? Weil sie keine Prioritäten setzen können. Sie wissen nicht, was wichtiger ist und was weniger wichtig ist für sie. Sie wissen nicht, was sie heute erledigen sollten und was können sie auf morgen verschieben. Denn sie können nicht unterscheiden, was mehr Priorität hat für sie und was weniger und leiden darunter. Das Messe-Syndrom ist eine Art surrogatmütterlich schützender Gegenwart für viele. Der Betroffene vom Messe-Syndrom hat in seiner Kindheit keine schützende Rolle seiner Mutter erlebt. Er hat diesen mütterlichen Schutz nicht gehabt und deswegen sammelt er jetzt verschiedenste Gegenstände bei sich zu Hause, bunkert sie und baut eine Art Höhle auf und diese Höhle schützt ihn. Hat dir mein Video gefallen? Dann abonniere meinen YouTube-Kanal. Und ich habe noch eine Bitte an dich. Hast du Menschen mit Messe-Syndrom in deinem Leben getroffen? Wie hast du das erlebt? Kannst du bitte deine Erfahrungen mit uns im Kommentar zu diesem Video teilen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Tschüss und bis bald. Tschüss und bis bald.